Geschichte des wilden Esels mit dem Fuchs Ein Märchen aus Tausend und einer Nacht Man erzählt, o König, einst lebte ein Fuchs, der jeden Tag seine Höhle verließ, um sich seine Nahrung zu verschaffen. Eines Tages, als er wie gewöhnlich aufs Gebirge ging, traf er einen anderen Fuchs, und sie erzählten einander, was sie auf ihrem Raubzug gefangen. Da sagte der eine, Ich traf gestern einen toten wilden Esel, und da ich sehr hungrig war, denn ich hatte in drei Tagen fast gar nichts gegessen, freute ich mich sehr darüber und dankte Gott, der mir ihn beschert. Ich habe mich an dessen Herz so satt gegessen, dass ich seit drei Tagen nicht hungre. Als der andere Fuchs dies hörte, beneidete er ihn und dachte bei sich, ich muss da auch einmal ein Eselsherz essen, um satt zu werden. Er ging so lang mit diesem Gedanken um, bis er ganz mager wurde und erschöpft in seiner Höhle lag. An diesem Tag gingen Jäger auf die Jagd und konnten den ganzen Tag nichts schießen, bis sie endlich einen wilden Esel trafen. Einer von ihnen schoss mit einem Pfeile nach ihm, der im Herzen stecken blieb, worauf der wilde Esel leblos vor der Höhle des Fuchses hinfiel. Die Jäger wollten dem Esel den Pfeil aus dem Herzen ziehen, aber nur das Holz ging heraus, die eisernen Spitze blieb darin stecken. Als der Fuchs das Geräusch vor seiner Tür hörte, verbarg er sich bis nachts, wo die Jäger wieder fort waren. Jetzt kam er langsam aus seiner Höhle hervor, denn er konnte vor Schwäche nicht einmal schnell gehen und freute sich sehr, als er einen toten Esel vor der Tür fand und dankte Gott, der ihm so seinen Wunsch ohne Mühen erfüllt. Er ging heißhungrig darauf los, riss ihm den Leib auf und wühlte ihm mit seinem Kadaver umher, bis er das Herz fand. Aber die Spitze des Pfeils blieb ihm im Hals stecken und brachte ihm den Tod nahe. Da klagte und jammerte er. Mir geschieht es recht, kein Geschöpf soll mehr verlangen, als ihm Gott zugeteilt. Ich wäre jetzt nicht in solcher Not, wenn ich mich mit Gottes Gabe begnügt hätte. So, o König, wagten wir auch nichts mehr von Gott zu fordern, aber er hat dich doch mit einem Erbe beglückt, dem er ein langes Leben schenkte und den er deinen Pfad betreten lassen möge. Dann sprach der vierte Visier, wenn ein König weise ist und versteht, beglückend über seine Untertanen zu herrschen, wenn er sich zum Guten wendet und das Böse meidet, wenn er die Aufgaben seines Volkes erleichtert, ihr Blut schont und ihre Schwäche deckt, so wird dadurch sein Reich immer mehr befestigt. Er wird stets gegen seine Feinde siegen und durch Gottes Huld alles erlangen, wonach er strebt. Ein gewalttätiger Regent aber wird sich und seine Untertanen ins Verderben stürzen und es wird ihm gehen, wie dem König und seinen Reisenden. Der König fragte, was das für eine Geschichte wäre, da erzählte der Visier eine andere Geschichte.